Radio Deutschland 1, das Talkradio für Deutschland. Ruf an und sag uns deine Meinung. Radio Deutschland 1, wir sprechen Klartext. Wir wollen diesen rechten braunen Dreck hier in unserem Staat nicht haben. Ja, anders kann man das nicht bezeichnen. Und man muss sich dafür schämen, dass es Leute gibt, die dieses braune Gesindel von AfD wählen. Aber hier muss man so eine eigene Meinung haben. Das hat mit Meinungsfreiheit ihre Grenzen, mein Junge. Sag mal, was hast du eigentlich getrieben, um in die 9. Klasse zu kommen? Wenn dir das immer noch nicht klar ist. Das ist Gefahr in pubertärster Art. Ja, das ist nicht nur meine Meinung. Irgendwann ändert die individuelle Meinung und Meinungsfreiheit. Wenn du mit der Kalaschnikoff durch die Königstraße läufst und da einfach mal in die Schaufenster reinballerst, nur weil du dich danach ein bisschen lockerer fühlst, dann fährt das nicht mehr unter eigene Meinungsfreiheit. Und in Zukunft hältst du die Klappe, wenn du denn gefragt bist. Ah ja, okay. Ich fasse es nicht. Wir sind an einer historisch entscheidenden Stelle. Bleiben wir ein zivilisierter, kultivierter Rechtsstaat oder werden wir eine braune Suppe?